Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play und heute spielen wir Lucius, ein Horror-Adventure-Spiel was, denke ich mal, vor einigen Tagen rausgekommen ist, ich weiß nicht und ich bin auch sofort im Spiel drinne, hab ein paar Sequenzen übersprungen also der hatte Geburtstag und ja, irgendwas mit dem Teufel, irgendein Fetz, keine Ahnung das wird man wohl im späteren Verlauf sehen und jetzt fangen wir einfach mal an so, hier sind dann die ersten Bilder, Ingame-Bilder sozusagen drücke Leertaste, um die Hat-Einführung zu starten und die drücken wir jetzt natürlich mal Hat-Einführung so, das ist unten links, scheinen die aktuelle ausgewählte Fähigkeit zu sein was auch immer das sein soll, das sehen aus wie Hände Entdeckungsanzeige ist, wenn es blinkt und das ist die aktuelle Machtstufe dieser kleine Balken unten links benutze deine Maus, um dich umzusehen ja, und ich bewege mich und kann mit Shift auch laufen um das vorangeschloss vom Tisch zu nehmen, drücke Maus 1 das würde wohl die linke Maustasse sein oh, guck mal, ein Kuchen, lecker, lecker stecke Sache weg, hole sie heraus durch drücken von Maus 2 jetzt habe ich es, jetzt habe ich es nicht jetzt habe ich es, jetzt habe ich es nicht, okay öffne, schließe Türen mit Maus 1, okay schließe die Kühlraumtür zeige mit dem vorangeschloss auf sie und drücke dann Maus 1 oh, jetzt ist es zu der Kühlraum ist nicht kalt genug okay, da ist das Thermostat und jetzt kommt eine Sequenz boah, der Junge sieht echt gruselig aus erinnere mich auch an diesem Film aus Brosin wie heißt er nochmal, äh, Gonga oder irgendwie so weil, der sah so ein bisschen ähnlich aus und jetzt sieht man, dass es langsam kälter wird jetzt hat sie ein Problem denn die Tür ist zu und kommt nicht mehr raus und sie schaut sehr emotionslos und da geht geht ich eiskalt weg haha, eiskalt, ne so, das scheint wohl mein Kinderzimmer zu sein Mann, sieht der hässlich aus und da sitzt ein Rabe an unserem Fenster oh mein Gott ein böses Omen wow, jetzt hat er rote Augen bekommen krass was ist das denn für eine kranke Uhr wie kann man seinem Sohn so etwas schenken ja, und da liegt sie erfroren im Kühlraum die arme Frau aber die Frisur hält ja ja, und da ist das denn für eine kranke Uhr Vielen Dank. Und da kam eine kleine Sequenz. Ja. Unheimliche Vorfälle sind passiert. Hat man an diesem Steckbrett gesehen, dass viele gestorben sind. Anscheinend. Oh, und jetzt flackert's. Ohne es brennt. Wow, das Haus brennt. Komm, steh auf, schneller. Bevor du verbrennst. Du Penner, du elendiger. Wow, was ist das denn? Aha. Lucifer. Ah, Lucifer. Guck dir den mal an. Der Teufel. Du weißt, wer ich bin, oder? Ne. Keine Ahnung, wer bist du denn? Ah, da kann man Sachen auch nehmen. Cool. Ein Ball. Kann ich den schmeißen? Ups, das hab ich jetzt gemacht. Um das Notizbuch von Tisch zu nehmen, drücke mal. Ja, das hab ich ja schon. Öffnet das Invalter durch E. Aha. Ah, mit Mausrad kann man hin und her. So, zack, 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 zack. So, jetzt hab ich die Taschenlampe. Funktioniert aber nicht. Oh, jetzt ist es rot. Mit rechter Maustaste. Kann man da irgendwie was machen? Ist rot. Ne, das geht nicht. Hab ich doch jetzt. So. Ah, okay. Mit Doppel. Also man muss. Aha. Wie geil ist das denn? Als, äh, äh. Ein Schatten als Teufel. Lustig. Aha. Hausmädchen Mary. Mary macht den Kühlraum sauber. Ich hab auf dem Tisch eine Folgendeschloss gefunden. Das könnte nützlich sein. Mary ist eingefroren. Ich sollte das Folgendes ausholen, damit niemand mich verdächtigt. Damit mich niemand verdächtigt. Aha. Cool. Also muss ich jetzt meine Spuren verwischen, dass keiner sieht, dass ich ein böser Junge bin. Ah, 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 alle töte. Nimm die Taschellampen und Batterie, öffne dein Inventory, lege die Batterie rein. Ja, ah, 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 ah Seine Augen sehen mal echt lustig aus. Ja, dann red doch nicht so viel. Lass mich doch dir dienen. Und jetzt verschwinde ich. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Ein Ladebildschirm. Es ist wichtig, dass dich alle für einen guten Jungen halten. Sie dürfen dich nicht verdächtigen. Oh ja, das war mir schon klar. Gut. Nach der Raumausstattung zu urteilen und der Kleidung von vorhin, schätze ich mal, dass ich so im 19. Jahrhundert bin. Noch so ein ganz, ganz alter, ganz, ganz altes Spiel. Also was heißt altes Spiel, das es in einer alten Zeit spielt. Und es lädt ja mal gar nicht. Oder? Nö, da tut sich ja gar nichts. Ach Gott, ist mein PC scheiße. Ja, dann werde ich euch mit ein bisschen sinnlosen Gelaber ein bisschen unterhalten. Obwohl jetzt, jetzt lädt es auf einmal sehr schnell. Ja, wir werden jetzt das Vorhänge schloss, was wir benutzt haben, um die gute Mary zu töten. Werden wir jetzt holen. Und damit hat uns keiner verdächtigt und die Polizei darauf nicht aufmerksam wird, dass wir sie umgebracht haben als guter Junge. Und es lädt einfach gerade gar nicht. Was ist da los? Liegt das an meinem Aufnahmeprogramm? Ich hoffe doch nicht. So, es tut mir leid für diese lange Wartezeit. Und wir sind jetzt schlussendlich wieder in unserem Zimmer. Und können uns ein bisschen umschauen. Ja, kennen wir ja schon. M kann man die Karte. Aha, da ist ein Weg. Also gerade, warte, wie war das gerade aus? Links und dann rechts. So, da benutzen wir noch gleich mal unsere Taschenlampe. So, hier war das. Und dann, äh, vermute mal die Tür da. Ja, dann runter. Links. Runter. Links. Und dann nach rechts. Da ist es. So, da ist noch unser wunderbarer Kuchen. Sieht sehr schmackhaft aus. So. Und ich habe eine neue Fertigkeit. Telekinese. Hüte dich vor Kreuzen, sie schwächen dich. Ja, jetzt haben sie anscheinend die Leiche gefunden. Polizei ist da. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Geil. Vielen Dank. Genau. Genau. Ivoa. Was hat er da liegen? Cool. Ich habe einen Schraubenzieher. Habe ich mir jetzt geklaut? So, ich ersteche ihn mit dem Schraubenzieher. Ich tarne den Schraubenzieher als Rauch, als Zigarette. Was geht mit der da? Die rennt einfach mal gegen die Tür. Ah, wie abgefuckt muss man denn sein? Aha, was passiert jetzt? Das Bild wird langsam verschwommen. Oh, was war das jetzt? Ah, da ist ein Kreuz. Ah, das Kreuz schwäscht uns, ja? Und wenn wir es umdrehen. So. Eher was mit den Zigaretten muss ich jetzt machen. Aha, was habe ich jetzt gemacht? Die Streichhölzer habe ich jetzt. Ich habe die Streichhölzer von Jean gestohlen. Jetzt kann er an seinen Zigaretten nur noch am Ofen anzünden. Ich sollte eine Art Falle stellen. Der Ofen verfügt über ein System, das verhindert, dass das Gas entweist. Ich brauche dafür irgendein Werkzeug. Ein Werkzeug. Da haben wir doch ein Werkzeug. Und zwar den... Den, 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 den Schraubenzieher. So. Kann ich das versorgen? Ah! Hey, ich bin ja ein Genie. Der Ofen ist manipuliert und Jean hat keine Ahnung. Jetzt müssen wir nur noch warten. Okay, habe ich mal ab. Also ich wusste noch von der vorherigen Fall, dass hier der Ofen ist. Weil wir waren ja in der Küche vorher. Und jetzt werde ich einfach mal sehen, was passiert. Vermutlich wird er jetzt verbrennen. Oh, und da kommt schon die Szene. Nur noch Momente, bis er stirbt. Oh! Wow! Dieser ganze Kopf brennt! Du Scheiße! Ja, und der guckt mal so emotionslos zu. Oh ja, da brennt einer. Ist mir egal. Und ich habe schon wieder eine neue Fähigkeit erlernt, oder? Nein, habe ich nicht. Und der Detective ist wieder da. Oh ja, da brennt einer. Und ich habe auch schon eine Frau. Vielen Dank. So, so. Sollen wir den Hausmeister jetzt ertränken? Hüte dich verkreuzen, sie schwächen dich. Ja, das haben wir ja vorhin schon gesehen. So, und jetzt sind wir wieder in einem Traum mit Lucifer. Also immer wenn es brennt in unserem Zimmer herum, dann ist Lucifer zu gegen. Anwesend. Ja, und er hockt da wieder gemütlich. Und es brennt alles. Ah, jetzt kann ich bestimmt die Telekinese-Zeug anwenden. Wähle deine Telekinese-Fähigkeit durchdrücken von 2. Zeige eine Mauszeit auf das Auto und halte 1 gedrückt. Oh, amnesia! Ja! Du kannst nicht mehr... Aha. Mhm. Versuch das Objekt... Gut, das ist ein bisschen komisch gemacht. So, jetzt haben wir es da reinbekommen. Okay, was ist das jetzt? Eine Tasse. Du kannst mit dieser Fähigkeit auch Objekte zerbrechen. Aha. Okay, da wackelt es nur. Und? Kaputt. Was kann ich damit? Du kannst auch Maschinen mit Telekinese starten. Wow, das ist doch mal ein Service. Das hätte ich auch gern. Müsste ich nie wieder aufstehen. Natürlich werde ich keine Gnade haben. Ich bin ja ein böses Kind. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Benutze deine Karte, wenn du dich verläufst. Ja, in dem riesigen Anwesen, da kann man sich auch nur verlaufen. Ja, das ist schon mal ein sehr interessantes Spiel. Also, so ein bisschen so Stealth und ein bisschen Deep. Und das ist so ein bisschen so... Ja, wie so... Wie hieß das damals? Dark Project. So ein bisschen. Bloß als Kind. Ja. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, was da noch für weitere interessante Missionen, in Anführungsstrichen, auf mich warten. Als kleines Kind muss ich im Prinzip die ganze Familie, ausrotten. Ja. Und... Ein sehr interessanter Titel, Lucius. Wie gesagt, erinnere mich ein bisschen wie Gonga bei ProSieben, wenn das so heißt. Und jetzt werden wir einfach mal sehen, was wir jetzt als nächstes tun müssen. Aber, das zeige ich euch dann erst in der nächsten Folge von Lucius. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann könnt ihr das Video natürlich kommentieren und liken. Und wenn ihr natürlich auch mehr von mir sehen wollt, abonnieren nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Lucius. Wenn es darum geht, den Handwerker das Handwerk zu legen. Nein, Spaß. Nein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.